So, nachdem der Minecraft-Terminand ein wenig herumzicken zu müssen, möchte ich euch recht herzlich begrüßen zu Secret World Legends, einem Horror Survival MMORPG aus dem Hause Funcom, dessen Setting in der Gegenwart angesiedelt ist und in dem es sich um drei Geheimgesellschaften dreht. Ich starte mit euch von Anfang an, werde mit euch einen Charakter erstellen. Meine Geheimgesellschaft habe ich schon getroffen, ja, bei mir werden jetzt natürlich Templer werden Ausmaßweise ein weiblicher Charakter. So, was haben wir denn da für nette Gesichter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! So, gibt es irgendwie Töpfe? Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! So, gibt es irgendwie Töpfe? 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 Uhu. Ich meine, das stimmt. Gott Du giftig Krebs Richtig schön Gesichts Du bist zu drehen Ja Warte ich noch süß Ekel Nee, blem natürlich Kleiner machen 5 Kleine Aber versteckt man nicht Früher brauchen wir auch nicht Fühlt sich zwischen an Oberkörper Jetzt sind wir mal im Pulli Als So Business like Was kann man lassen Du auch noch so zu Warte So Der Wüster Gut mit rötlichen Kräften Magier Nee Attentäter Hörn die Füße Hm Nee Haha Der Distanzkämpfer Wieso halb Die Rapper Schaut Denk aus Der Meister Der Rehb Ja Seht ihr noch im Magus Wieder ein Magier Schaut Hier ein Elementarmager Der Trümmerer Ich Hab's Irgendwie Keine Denk Die Oder O Merde Schau Ist Nichts lich Oder Ich Gau Mann Mit der Magie dabei, da hab ich nicht so viel Magie nennen. Ich glaub wir bleiben bei Magieberhelden. Oh, Nickname. Hab ich lange überlegt. Nein, ich kann Leerzeichen machen. Ich kann Leerzeichen. Punkt. Minus. Nur einen Bindestrich. Hacke. Ich kann Leerzeichen. So. Das wird so. Minus. Ja. Einfach so. Der Nickname alleine. Das braucht sich auch in der Mindestlinge. Oh, Mindestlinge. Mindestlinge reicht. Also ich frag, wer Elise Delazere ist. Das ist eine der bekanntesten Templerinnen von Assassin's Creed. Ich hab sie sehr gerne in Unity gespielt. Jetzt hat sie keine Waffen. Geht das? Nein. Mann! Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. 2 3 3 4 4 10 10 Maximal. Jetzt ist wieder nur Charakter. Egal. Buchstaben beginnen. Einen Strich enthalten. Witzig. Das gibt es auch schon. Funktioniert sehr schön. Ja. 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 Du bist ein Bettler. Du wirst alles verlieren oder zur Gottheit werden. Du wirst für uns sein oder gegen uns. Deine Entscheidung. Und vergiss nicht. Oh mein... Oh mein... Was der spickt. Du wirst die Wohnzülle. Bambam. Ich werde nicht aufzumachen. 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 Ich kann ihn sehen. Da vorne. Was? Du wirst schnell lernen. Es ist Zeit für mich, um eine neue Abilität zu zeigen. Was? 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 Da zeigt mir die Hühweger an. Fischt! Fischt auf sie! Aaaaah, mein Gott! Gar nicht! weg, 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 raus kann ich das auferstehen schon wieder gehts weg Was machst du da her? Was machst du da her? Was machst du da her? Was machst du her? Was machst du her? Ich glaube ich höle Ich glaube ich höle Ja Was machst du? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Die Dinger Die Dinger Die Dinger Die Dinger Wieso? Komm ich auch Die Dinger Abspießen So, nachdem er die Mission beendet, aber gleichzeitig auch die Ausnahme beendet, folgt jetzt das Video nach der Namensänderung im Schnelldurchlauf Also entschuldige ich dafür, in späteren Folge wird das Ganze dann gehoben sein Aber für das Erste geht es leider nur so Viel Spaß noch Die Dinger ist größer Der Weg nach vorne braucht die Utilisierung der Torch, um zu finden deinen Weg zu finden Die Puzzle wünschen dich Learn to rely upon die Dinger und nicht die Brawn Wenn du dich mit den Dinger findest Findest du dich mit den Dinger Wenn du dich mit den Dinger bist Findest du dich mit den Dinger Wenn du dich mit den Dinger bist Dann kannst du dich mit den Dinger und du dich mit den Dinger bist Und du dich mit den Dinger bist Dann kannst du dich mit den Dinger bist Musicen You are by no means ready to defeat what waits. Best to try and seek-past undetected. Untertitelung des ZDF, 2020